Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Patrick und zeige dir heute 5 Übungen, wie du deine Fettverbrennung ankurbeln kannst. Unsere erste Übung heißt High Knees. Dabei nehmen wir unsere Arme nach vorne und versuchen abwechselnd die Knie zur Decke zu bringen. Je nach eurem Fitnesszustand müssen wir da ein bisschen anders trainieren. Für den Anfang macht ihr die Übung für 20 Sekunden, 20 Sekunden Pause und 3 bis 4 Durchläufe. Die Übung sieht wie folgt aus. Arme kommen nach vorne und wir versuchen abwechselnd eure Knie immer weiter nach oben zu bekommen. Solltet ihr Probleme in den Schultern haben, ist es auch gar kein Problem, eure Arme neben euren Körper zu bringen und das Tempo erhöhen. Wunderbar. Unsere zweite Übung nennt sich Burpee. Es ist eine Ganzkörperübung und auch etwas eine komplexere Übung. Deswegen erklären wir das Ganze für euch. Ihr stellt euch schulterbreit hin und kommt wie ein Frosch erstmal nach unten in diese Position. Aus der Position kommt das erste Bein nach hinten, das zweite Bein nach hinten. Wir halten das für einen kurzen Moment, kommen mit dem ersten Bein wieder nach vorne, zweites Bein nach vorne, richten den Rücken auf, strecken die Arme über Kopf. Sollte diese Variante für euch schon etwas zu leicht sein, hier noch eine etwas schwierige. Gleiche Position. Kommen nach unten, diesmal mit Sprung. Sprung wieder nach vorne, Sprung nach oben. Wir wollen unseren Burpee wie immer für ungefähr 10 Wiederholungen machen. Nehmt euch Zeit danach, um euch zu regenerieren. Kurze Pause. Drei Runden. Viel Spaß mit euren Burpees. Übung 3. Broad Jumps. Wir stellen uns auch hier wieder schulterbreit hin. Arme nehmen wir nach hinten. Springen ein Stückchen vor. Und gehen Tippelschritte wieder zurück. Wie weit ihr dabei springt, euch überbelassen und natürlich auch auf die Größe eures Wohnzimmers bezogen. Wenn ihr etwas mehr Platz habt, kommen wir tiefer nach unten. Explosiver Sprung. Tippelschritte zurück. Wir wollen das Tempo hochhalten. Richtig, richtig den Puls angurbeln. Übung Nummer 4 ist der Lateral Squat mit einem kleinen eingebauten Jump. Was wir machen, stellen uns hüftbreit hin, gehen einen Schritt zur Seite. Knie drückt in die gleiche Richtung. Wenn wir jetzt hochkommen, explosiv. Nochmal das Ganze. Kommen nach außen, tief und explosiv springen ab. Das ist keine Übung, die wir allzu schnell machen, sondern eine, die wir wirklich gut im Muskel spüren wollen. Ich mache nochmal 2, 3 Stück. Jump. Jump. Sollte ein Unwohlsein auftreten, kein falscher Stolz. Nicht jede Übung fühlt sich für jeden Menschen wunderbar an. Es gibt für zwei jeden eine Lösung. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, du kannst dich jederzeit bei uns melden. Wir helfen dir gerne. Unsere fünfte und letzte Übung sind Ausfallschritte. Wir starten dabei in einer frontalen Position. Gehen einen Schritt nach vorne und lassen uns leicht nach hinten abfallen. Drücken uns aus dem Bein hoch. Und wieder tief. Immer abwechselnd. Sollte das Ganze ein Ticken zu leicht sein und du hast mehr Power, darfst du gerne Sprünge dazu mit einbauen. Hierzu starten wir in der untersten Position. Springen und wechseln die Seite. Springen und wechseln die Seite. Wenn das Ganze für dich schneller geht, darfst du das gerne machen. Zwingend nicht unbedingt nötig. Wichtig ist, dass du dich Woche für Woche prozessiv steigerst. Das waren unsere fünf Übungen für eine verbesserte Fettverbrennung. Bleib dran, wenn wir dich irgendwie unterstützen können. Rühr dich jederzeit. Für weitere Informationen abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke oder klick auf den Link in unserer Beschreibung.